. Nicht getroffen. Usedom. Letzte Szene heute für Schauspielerin Katrin Sass. In der Marina von Kröslin entsteht gerade eine kurze Szene für die neue Folge Nachtschatten. Gedreht werden parallel Teile von insgesamt drei neuen Usedom-Krimis. Exhibitionistisch und unverschämt. Nee, scheiße. Danke. Da ist es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Das ist aus dem ersten, der dann aber später gesendet wird. Das heißt, der dritte wird ganz am Anfang gesendet, dieser zweite wird als drittes gesendet und der erste, den wir senden wollten, wird danach gesendet. Haben Sie was verstanden? Ich auch nicht. Also so ungefähr. Am Anfang könnte man hier diese Art von Zweier haben. Unter der Regie von Felix Herzogenrath dreht die Filmcrew schon seit Anfang Februar in Vorpommern. Ja, also dass wir nicht alles, was Heiner sagt, nur von dort hinten sehen, sondern dass wir da auch schon ansetzen können mit der Zweier. Die Auf- und Umbauten am Set sind das, was am längsten dauert beim Dreh. Allein die heutige Szene wird mehrmals aus drei verschiedenen Kameraperspektiven eingefangen. Tatverdächtig ist in diesem Fall Karin Lossows Großneffe. Danke. Okay, sehr schön. Er ist verwickelt in diese Orge, wo ein Toter übrig bleibt. Mord weiß man nicht so richtig. Das wird man am Ende erfahren. Wir lassen ja hier kein Blut fließen und keine Köpfe rollen. Das ist ganz schön. Wir lassen die Wellen plätschern und das so ein bisschen am Rande. Und die Familie wird mit erzählt. Freunde werden mit erzählt. Das ist ganz schön. Und Katrin Sass, neustes Familienmitglied, darf auch mit ans Set. Der heißt Lucky. Und das ist das Größte, was ich mir geleistet habe, weil es das Beste ist. Besser als jeden Mann, den ich hatte. Also, na ja, nicht ganz. Hallo, Ex-Mann, sei mir nicht böse. Aber, ja, gib mal die Pfote. Na, gib mal die Pfote. Also, ich meine, muss ein Hund mehr können? Lucky, komm mal her. Komm mal her. Der neun Monate alte Labradoodle hat anderes im Sinn. Sein Kumpel dagegen hat's voll drauf. Ist das perfekt? Das ist das Vorbild. Das soll er mal werden. Diesel. Diesel, komm mal her. Diesel. Nein, Dieselplatz. Ja, ich mach Platz. Diesel, komm. Hoch. Während Katrin Sass dreht, werden die beiden übrigens von einer Hundeexpertin erzogen. Doch jetzt haben Hund und Frauchen erst einmal ein paar Tage frei. Komm mal her. Lucky. Wir beide. Wir sind das beste Paar, wo es jemals gab. Guck mal da rein. Guck mal da. Auf Wiederfernsehen. .